Eva ist ein schönes Geschenk. Oft weiß man ja nicht, was man schenken soll. Und der Beschenkte hat den Vorteil, er kann es in jedem Geschäft, im Restaurant, in der Eisdiele, im Reisebüro einlösen und das in ganz willig. Das ist eine riesige Auswahl. Martina Westermann vom Reisebüro Lade. Unser Reisebüro gibt es seit 32 Jahren und meine Mitarbeiter und ich, wir sind für die schönste Zeit des Jahres da. Wir planen den Urlaub und versuchen, die Wünsche des Kunden umzusetzen, dass er einen glücklichen und zufriedenen Urlaub erlebt. Bei uns gibt es den Urlaub von der Haustüre bis zurück zur Haustüre. Das heißt, der Transfer zum Flughafen, die Bahnanreise, gut, die Autoanreise macht der Kunde selbst. Aber das Hotel, die Ausflugsprogramme, er bekommt ja bei uns jede Art der Reise, die er gerne möchte. Das kann die Ferienwohnung sein, das Ferienhaus, das kann die Insel sein mit dem langen Sandstrand, die Kreuzfahrt auf den Bermudas mit schwimmenden Schweineschwimmen, der Camper in Amerika. Es gibt so viel, was man unternehmen kann. Das ist ein bisschen, was man unternehmen kann.